Ich glaube fest an die Fähigkeit des Menschen zur Vollkommenheit. Hier beim Circle erkennen wir endlich unser volles Potenzial. Wenn wir unser bestes Selbst sind, gibt es keine Probleme, die wir nicht lösen können. Wir können jede Krankheit heilen. Wir können den Welthunger bezwingen. Die Möglichkeiten sind grenzlos. Du hast den Job beim Circle. Gönn dir einen Drink, genieß die Zeit und bleib so enthusiastisch. Du bist beim Circle. Hallo, May. Wie geht es dir? Das ist Jared. Er wird dich anlernen. Am Anfang habe ich auch gebraucht, um reinzukommen. Glaub mir, du schlägst dich gut. Sie hat bereits alle hier ziemlich beeindruckt. Also, May, denkst du, du verhältst dich besser oder schlechter, wenn du beobachtet wirst? Wir haben bereits überall auf der Welt Kameras platziert. Wir waren oft unterwegs, haben was erlebt und gesehen und jetzt wird das alles durch das hier gefiltert. Macht dich das überhaupt nicht stutzig? Das, was hier abgeht, war nie meine Absicht. Die Entwicklung des Circles darf nicht so weitergehen. Alles wird aufgezeichnet, gesehen, übertragen, gespeichert und hier analysiert. Die können das nutzen, wie auch immer sie wollen. Die Folgen sind unabsehbar. Etwas zu wissen ist gut. Halte dich auf! Aber alles zu wissen ist besser. Also, May, hast du uns irgendetwas zu sagen? Tschüss! Auch bei dir! Kannst du uns unbedingt stärker? Oder wie auch immer die chasee in die Ahnung? Oder wie auch immer die Ahnung? Ich bin ja, das ist ja auch immer einig. Das ist ja auch immer vorgelegt. Vielen Dank.